Ich bin able to locate Zamora the Farseeing Ja, dann haben wir eh auch alles zusammen Ja, dann würde ich mir sagen sowieso als erstes Let's go! Gehen wir auf die Jagd! Du bist deppert! Huch, da muss ich aber Angst haben! Der Zinger, der hat sicher einen Hunger Na, geh bitte, dann machen wir ein Viertel wie nix! In Wirklichkeit, Alter! Tiki, mach mir bloß nix! Aber jetzt muss man sogar schon ein episches Schwert haben, ne gell! Das Teppert ist ein bissel weiter weg Siebenhundert! Eine zu uns wieder! Ein bisschen Teppert ist ja noch ein kleines Echse! Na, legt mir, Morsch! Muss ich aber aufpassen, muss ich aber aufpassen, Alter! Eine Sechse, legt mir, Morsch! Machen gleich Fickerei des Todes! Ah, jetzt hätt ich mir ein Dach gehabt, die kriegt mich nicht von der Seite! Da hätt ich mir jetzt ein Dach gehabt, die kriegt mich nicht von der Seite! Da hätt ich mir jetzt ein Dach gehabt, die kriegt mich nicht von der Seite! Da bin ich wenigstens Sieberne! Höhöhöh! Uh, schön und mei auch gemacht! Ah, du kriegst mich nicht, Tiki, du kriegst mich nicht! Irgendwas noch hinz! Irgendwas, wo wir jetzt... Suspekt! Genau, ihr zwei da! Ihr zwei da, wenn wir schon da, ganz so... Ne, besser, besser abpassen! Besser abwarten! Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut! Vielleicht kurz der Scanner? Bei der Seite haben wir wieder was! Ja! So, der will eh sowieso, dass wir da oben weggehen! Aber dann halt, dass ich wieder lauf und lauf und lauf und dann nicht merke, dass eigentlich vor mir ein Gegner ist! Ja, das ist schon... Überhaupt nicht peinlich! Überhaupt nicht! Gönn dir, Tiki, gönn dir! So, da haben wir's auch sehr schön! Was haben wir denn sonst noch so schönes? Okay, dann muss ich eh wieder umme! Ja, da haben wir ein bisschen was, da haben wir ein bisschen was! Na, wart, na wart, na wart! Aber wenigstens ein paar Gegner, wenigstens ein paar! So, der ist immer hier! Schön! Oh, den hätt' ich früher mehr machen müssen! Den hätt' ich mir früher vornehmen müssen! Sehr, oh, 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 oh! Sehr schön, sehr schön, sehr schön! So, next! Wieso bist denn du so rot? Das wundert mich jetzt aber schon, ob ich noch... Aber wie sind die so rot? In der Heilung oder was auch immer? Na wart, na wart! Oh, Alter! Wunderschön daneben! Wunderschön daneben, ohne Spaß! Da machen sie wenigstens mal wenigstens mit meinen Schattendoppelgänger! Ist wichtiger! Der hat ja noch überlebt! Der Hund! Ah, die haben wenigstens... Die sind wohl geile Schattendoppelgänger! Wieso können die nicht ständig da sein? Das wär's so dauerhaft oder irgendwas! Das will ich feiern! So dauerhafte Schattendoppelgänger! Ich schoss sehr gern! Die können sicher viel! Die können sicher viel! Beziehungsweise gut ablenken! Das wär's! Das wär's vielleicht! Wenn die gut ablenken könnten! Das wär's! 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 Der unnädiger Wichser! Ohúúúúúúúch! schön, 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 aber wie die immer so eine Gegenattacke machen müssen, die Wichser, Alter, und wie sie so für die Woche müssen, damit sie auch nicht auf Anstreichen mehr gehen. Lauf, Junge, lauf! Okay, fünf Minuten, fünf Minuten sind fünf Minuten, da kann entweder relativ viel passieren oder zu wenig. Du steppert aber gleichzeitig, da hätt' ich schon was machen müssen, bei beiden. Einmal, einmal, und tschüss. Da hätt' ich mich schon wehren müssen. Ja, bei beiden gleichzeitig sind wir nicht böse, aber da schon. Ah, süß. Ah, schön neu ergangen, schön neu ergangen. Uh, achte, sehr gut. Und wie er blieben ist. Sehr schön. Ha, Digi, fang einmal. Ah, das wär's gewesen. Boah, das wär's gewesen. Wenn die jetzt auch auf Anhipmeyer gegangen wär. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und da oben, wieder die zwei, genau. Die zwei, die holen wir sich dann auch noch. Hätt' ich gesagt gehabt, wenn dann der Entschel. Achso, wenn ihr auch schon da seid, für mich ja. Ein paar extra Punkte und tschüss. So gehört sich's. Ich würde aber sagen, Hätt' ich auch nicht viel Zeit. Digi. Weißt du nicht, wie lange wir für den Gegner brauchen? Ich will, ich will heute unbedingt gern den Bonus. Den Bonus hätt' ich scho gern. Den Bonus hätt' ich scho sehr, sehr gern. Äh, hab ich jetzt? Ähm. Nee, 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 nee der schaust und vielleicht auch nur das Schwert nur oder wenn wir das Schwert alleine dazu haben da bist du eh fatigy da merken wir aber auch kleinen Unterschied da merken wir aber auch kleinen Unterschied jetzt hat er auch noch richtig zu holen ey bitte ich bin kein Futter ich bin kein Kotzefutter oh Alter aber schäme den hole ich mir noch das war aber nicht zu stark die Attacke normalerweise die roten ich weiß dann halt aber so sollte nicht ein Dreier entstehen also da sollte ich wenigstens auch mit Spaß dabei haben das habe ich jedenfalls so gehört ja kletzleiter Arschloch ah nein lieber gern ausgewichen mhm und tschüss nee nee das gibt es ja nicht das kleine Stück mal wieder oh das wäre das wäre der perfekte Moment gewesen wo plötzlich einfach der Schiller abgeschlagen wird das muss ich mir noch holen ah du Gott das war jetzt aber sehr knapp die das war jetzt aber sehr knapp bläck mir mal schon naaa da tun wir gleich auf bestätigen gehen wir gleich weiter na gut dann schauen wir mal dann schauen wir mal vielleicht haben wir gleich irgendwas besseres gekriegt das ist ja mal definitiv etwas das ist ja mal etwas hätt ich gesagt ähm sehr gut sehr gut sehr gut was haben wir da ah das wärs oh das ist aber auch ein schöner Fortschritt das ist aber auch ein schöner Fortschritt ja da hätte ich mal gesagt gehabt ähm definitiv einmal markieren dann können wir schon mal beginnen mit dem verwerten da sonst haben wir eine Listen später bis der Eppert ohne Spaß da haben wir da WG eine Listen irgendwann einmal später wenn wir gerade im Turm nehmen oder sonst was wie ist der Herrisch gerade beim Turm da kommt was zusammen da kommt was zusammen naaa Glücksbringer kommt noch die Banner kommen auch noch die Verstärkung kommt auch noch da kommt noch so vieles Leute aber ist eh gut wenn wir jetzt schon beginnen mit dem Ganzen ja das ist ja noch nix so Waffentiming auch wenn es jetzt nur einmal eins ist Was haben wir denn da? Spaltungsschlag hmmmm 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 Würde ich dann definitiv auf die Macht gehen Ja, dann gehen wir auf die Macht. Raserei, aber vielleicht auch gar nicht zu uns wieder. Kritische Treffer schauen noch mehr.